Medikamente kosten Geld. Das ist richtig. Kranke kosten Geld. Schwerkranke kosten viel Geld. Pflegebedürftige noch mehr Geld. Rechnete mir neulich jemand vor. Ich wagte nicht weiterzudenken, was das heißt. Ich sehe das so, wenn die Leute keinen Lebensinhalt mehr haben, dann kann man denen auch ruhig in den Tod verhelfen. Da hätte ich nur so eine Frage. Wer bestimmt den Lebensinhalt? Sie selber. Und wenn sie noch fähig dazu sind. Natürlich, wenn sie noch fähig dazu sind, sie selber. Und ansonsten liegen sie immer natürlich auch im Auge des Betrachters. Ich glaube, wir sind uns einig, wenn man nur noch im Bett liegt und vor sich hin vegetiert, nicht mehr einständig atmen, essen, trinken kann, dass man dann keinen Lebensinhalt mehr hat. Und dann ist es in meinen Augen auch nicht sinnvoll, dieses Leben dann noch irgendwie künstlich beizuhalten. Danke. Wie lange hat Leben Inhalt? Die Frage bleibt mir jetzt aus dem Gespräch mit den jungen Leuten. Und wer bestimmt den Inhalt? Nur noch an Apparaten hängen, sagt er. Nur noch strippen. Ist die Frage nicht ein wenig zu kurz gestellt? Natürlich. Ein Leben, das in den Tod hineinwächst. Ein Leben, das sich dem Ende neigt. Stecker rausziehen? Oder wie? Vielleicht haben wir Christen ja eine ganz besondere Aufgabe. Menschen zu begleiten, in ihrer Nähe zu bleiben. Ja, sie atmen nur noch mit Unterstützung. Aber schaffen wir es, mit ihnen so umzugehen, dass wir auf der einen Seite nicht künstlich verlängern, was nicht zu verlängern ist. Aber auf der anderen Seite der Natur ist überlassen, wann das Ende gesetzt ist. Wir merken, dass diese Fragen zentral und brennend diskutiert werden. Aber eines ist sicher richtig. Mit welcher Haltung begegnen wir dem Schwerstkranken, dem Sterbenden? Und welche Hilfe braucht er? Ganz sicher braucht er die Hilfe unserer Nähe und vielleicht ab und zu auch ein Gebet. Musik 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 Musik